Donnerstag, 30. August 2018 3 Uhr 4 Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Die Russin Jekaterina Makarova hat in der zweiten Runde der US Open gegen die deutsche Julia Görges gewonnen Die Weltranglisten 9. verlor am Mittwoch in New York 6 zu 7 10 Uhr 12,3 zu 6 Görges hatte die einstige Top-10-Spielerin und frühere US Open-Halbfinalistin in der Vorwoche beim Turnier in New Haven noch besiegt Görges hatte im Vorjahr erstmals das Achtelfinale in Flushing Meadows erreicht und droht nun gleich wieder aus den ersten 10 der Weltrangliste herauszufallen Bei Nachmittagstemperaturen von mehr als 35 Grad fehlte der 29-Jährigen gegen die ein Jahr ältere Makarova auch ein bisschen das Glück um wie in der Vorwoche beim Turnier in New Haven die Oberhand zu behalten Ich habe nicht mein bestes Spiel gemacht Der erste Satz war spielentscheidend, sagte Görges mit Blick auf drei vergebene Satzbälle im ersten Durchgang Mehr zum Thema bei Spiegel Plus Sebastian Aertschrägstrich der Spiegel-Tennis-Star Julia Görges im Interview Ich bin ja nicht super wo man zuvor war bereits die deutsche Tatjana Maria Anjelia Svitolina aus der Ukraine gescheitert Die Außenseiterin konnte beim 2 zu 6, 3 zu 6 gegen Svitolina nicht die Überraschung von Wimbledon wiederholen, als sie die Nummer 7 der Welt besiegt hatte Ich hatte auf alle Fälle meine Chancen, aber ich war nicht so richtig gut drin, sagte Maria Aber sie hat auch sehr gut gespielt Ich bin auf Fälle enttäuscht, aber ich wusste, dass es hart wird, auch wegen der Hitze Maria lebt in Florida, stammt ursprünglich aber aus Bad Saulgau in Baden-Württemberg Karina Wietheft spielte in der Nacht zu Donnerstag gegen die langjährige Weltranglisten erste Serena Williams und unterlag mit 2 zu 6, 2 zu 6 Vor rund 20.000 Zuschauern im Arthur-Rasche-Stadium nutzte Williams nach 67 Minuten ihren ersten Matchball In der dritten Runde am Freitag trifft sie nun auf ihre Schwester Venus Williams Es wird insgesamt bereits die 30. Begegnung der beiden gegeneinander Jason Szenes-Epaefe-Rex-Schutterstock Serena Williams als letzte von 7 gestarteten deutschen Tennis-Damen ist nur noch Angelique Kerber dabei die vor 2 Jahren bei den US Open triumphierte Die Wimbledon-Siegerin trifft an diesem Donnerstag auf die Schwedin Johanna Larsson Bei den Herren bestreiten Alexander Zverev, Philipp Kohl-Schreiber und Jan Lennart-Struf dann ihre 2-Runden-Partien Am Mittwoch unterlag bereits der Brite Andy Murray in Runde 2 dem Spanier Fernando Ferdasco Stan Wafrinka aus der Schweiz setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Hugo Humbert durch und zieht in die dritte Runde an